Was erwarten Sie denn von dem heutigen Abend? Ganz viel Spaß auf jeden Fall, also in ganz schöner Kulisse. Wir durften ja schon ein bisschen Zeit tiefer bringen an diesem Ort. Das sieht ja wirklich ganz toll aus und das ist wirklich einfach, ich glaube, ein ganz schöner und auch, ich glaube, relativ grusamer Abend, wenn man das so sagen kann. Also ich glaube, dass alles so sehr, ja, so ganz entspannt abläuft. Also so hatten wir zumindest das Gefühl heute den ganzen Tag über schon. Und wir freuen uns sehr auf unseren Auftritt natürlich, ja. Also sind Sie denn auch schon aufgeregt? Ich meine natürlich. Wenn man zu so einem Event dazugeholt wird als Newcomer-Band und irgendwie Teil der ganzen Sache sein darf, dann ist es natürlich so, dass man da eine gewisse Nervosität spürt, ja. Aber jetzt erst mal den roten Teppich überleben, ne? Glück dabei! Danke!